Mineralplast Architekturbeton Die Intensität des Betons Kostengünstige Lösung Endless Gestaltungsmöglichkeiten Einfach zu installieren Mineralplast ist ein Unternehmen, das in der Entwicklung, Konstruktion spezialisiert hat, und Herstellung von strukturierten Matrizen für dekorative Betonprodukte. Die Matrizen sind aus Elastomer, eine flexible Art der Polyurethan-Kautschuk und ABS-Kunststoff. Mineralplast ist ein kreatives und dynamisches Unternehmen, das hohe Standards hält, Qualität, Exzellenz, Zuverlässigkeit und Service. Durch die Kombination fortgeschrittener proprietäre Technologien mit thermoplastischen und Elastomer produziert Mineralplast-dekorativen Betonmatrizen, die sich ideal aufgrund ihrer Langlebigkeit, geringes Gewicht, Resistenz gegen Chemikalien, Benutzerfreundlichkeit und Installation. Das Unternehmen produziert Sto- und Touch-Beschichtung in einer Reihe von verschiedenen Texturen, Reproduktion der Blick aus Naturstein und Geste ins Vorkommen weltweit gefunden. Die Kombination von Form- und Mustaste- und Touch-Beschichtung sorgt für, dass die Oberfläche wie ein Naturstein-Optik beim Speichern von bis zu 70% der Kosten, die Beschichtung wird nie fallen aufgrund von Mängeln, die auftreten können arbeiten, wenn mit konventionellen Methoden. Mineralplast bietet auch Beratungsleistungen. Einschließlich der technischen Unterstützung in allen Fragen, im Zusammenhang mit Gussbeton-Anwendungen, Verwendung von Matrizen, Wartung und Installation, Capabilities, Produktion von ABS-Formliner für 10 bis 30 Gussteile verwendet werden, die Dauer der Anwendung ist abhängig von der Texturform. Herstellung von hochresistente mehrere Polyuretern-Kautschuh-Textur-Matrizen, für bis zu 100 Wiederverwendungsmöglichkeiten. Modeling-Services auf Anfrage Originelle und exklusive Produktion von Sto- und Touch-Beschichtung für Naturstein, Rock- und Granit-Texturen in einer Vielzahl von Farben. Musik